Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Was muss ich da sehen? Ich bin geschenkt worden von meinem Zockerkumpel, Salomon Kane. Bin mal gespannt, was das Schönes ist. Das sind neue Aufträge. Verdiene Belohnung, indem du Wakanda über alles Aufträge abschließt. Gut, das machen wir später. Ui, das ist ja klasse. Oh, dann sage ich mal Danke, David, für das nette Geschenk. Falls ihr auch so ein Geschenk haben wollt, dann besucht meinen Fortnite und Zockerkumpel Salomon-Kane. Entweder hier auf YouTube oder auf Twitch. Da heißt er genauso. Er strebt meistens auf Twitch. Meistens täglich. So zwei bis vier, sechs Stunden, je nachdem. Und da könnt ihr dann auch an einem seiner Gewinnspiele teilnehmen. Viel Spaß. So, hier erstmal die neuen Wakanda-Aufträge. Die nennen sich Black Panther. Und zwar muss man Black Panther-Aufträge abschließen. Drei von drei. Um hier scheinbar einen Tanz zu bekommen. Wahrscheinlich ist das dieser Wakanda-Tanz. Wir müssen in den nächsten drei Wochen und einem Tag Match-Abschlüsse machen. Zehn Stück. Wir kriegen dafür 10.000 XP. Länger als die Gegner leben. 500. 20.000 XP. Und dann mit Freunden, Duo- oder Team-Modus-Spiel nochmal 20.000. Das sollte alles kein Problem sein. Und müsste machbar sein. Und zwar jetzt gleich. Ich denke, das kriegen wir heute Abend noch hin. Was gibt es sonst noch für Herausforderungen? Aber momentan gehen meine Kollegen ein bisschen auf den Sender, muss ich sagen. Würde ich sagen. Aber Catty. Oder Retail. Von mir aus die Heinis. Ja, natürlich gleich da unten hin. Die ganze Kloppe. Und dann können wir ja schnell nach... Was? Oh mein Gott, der andere Typ. Der N... Mich hat der NPC... Da waren zwei Leute drin. Ey, das gibt's doch nicht. Alter, das ist schutzig ist OP. So, jetzt fehlen uns noch zwei Nussknacker-Statuen und noch drei Matches. Weil... Also bin ich mir ziemlich sicher, das sind Retail-Row welche sind. Also ich glaube, hier sind 100%ig. Und das F-Wir wird nämlich gerade geheilt. Ja, der ist mein Drecks-Internet mal wieder, Alter. Ich hasse mich. Aber ich glaube, ich habe schon einen anderen Kumpel, mit dem ich ewig lange nicht gespielt habe. Ich habe schon aktiviert, aber der kommt mich on. Ich... Man kann ja... Man kann ja... Aber gut, ich habe die Match-Abschlüsse jetzt gerade geschafft. So, ab zur Lobby. Das ist ein... Ach gut, gehen wir später hin. Da geben wir wieder Stativ. Ich bin jetzt ruhig, ich habe jetzt den Kampf bekommen. Ja, okay. Also wenn du einen gedauert, einen Match-Abschlüssen... Reihe, Reihe, Reihe von den Dings. Ja, das muss ich dann machen. Außen im Flugzeug. An müssen. Wie soll er mich denn geholt? Nein. Damit wären die Wakanda-Aufträge bzw. Black Panther-Aufträge erledigt. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. So.